Löwe frisst Giraffe. Das ist das Gesetz der Natur. Das weiß auch der Kölner Boxer Mahmoud Shah. Mit einem weißen Löwen an der Leine spaziert er durch die Gegend und fordert gleich mal Mr. Big Giraffe Tyson Fury mit einer deutlichen Ansage heraus. Tyson Fury. Tyson Fury, der arabische König ist da. Der weiße Löwe kommt nach England. Ich bin bereit, dein Gesicht einzuschlagen. Nicht zu viel reden, Vertrag unterschreiben. Du hast es den Leuten versprochen. Nachdem Fury bereits zweimal den Kampf gegen Anthony Joshua abgesagt hat, soll der 38-Jährige sein nächster Gegner werden. Der Ex-WBA-Weltmeister nimmt an, wie ein Raubtier das eben tut. Der König des Dschungels will die Giraffe aus dem Ring vertreiben. hoping niemals für die letzte Tür war. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Vielen Dank.